Liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whiskyächsler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird mal wieder ein Lidl Whisky, nämlich Glenalba 22 Jahre Blended Sherry Whisky. Glendalba, eine von vielen Lidl Whisky-Marken. Was erwartet uns denn heute? Habe ich beim Aufräumen in meinem Keller gefunden. 22 Jahre alter Glendalba Blended Scotch Malt und zwar aus Grain und ich lese es mal vor, was da alles draufsteht. Grain Whiskies and they finished in carefully selected Cherry Oaks, only the finest 22 years old Malt and Grain Whiskies. 40 Volumenprozent, keine Angabe von Farbe, ihr wisst ich war bei Lidl, normalerweise schreiben wir es drauf, wenn wir färben. Sollte da ein ungefärbter im Glas sein, leider nur 40 Volumen, das ist die Ausstattung. Ist auch schon ein bisschen älter, glaube den haben wir in England gehabt. Ich glaube nicht, dass der in Deutschland erhältlich war, aber im Internet kriegt man sowas ja immer wieder her. Also, wenn er nicht gefärbt ist, was ich nicht glaube, ich glaube eher, wir haben es vergessen drauf zu schreiben, wäre das natürlich eine brachial schöne Farbe. Ja, so, Grain Whiskies sind drin, normale Fässer sind drin, Sherry, Badge, kann ich nicht einmal mit Brille lesen, ich habe es immer gesagt, grün auf rot schreibt man nicht, gibt einen 3D-Effekt. JB 322, Lotnummer 0745C, schöne Pulle, typischer Lidl-Style, Standard Whisky Flasche. Bin ich mal gespannt, was wir da in meinem Kellerchen gefunden haben. Immerhin 22 Jahre alte Fässer. Wie ihr wisst, muss das älteste Fass, ja 22 Jahre sein. Kann durchaus sein, dass das eine oder andere auch älter ist. So, na gucken wir mal, was er so kann. Hm. Also, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht gefärbt ist, es steht aber nicht drauf. Normalerweise achten wir auf sowas. Wenn das nicht der Fall ist, dann wurde es hier vergessen. Wenn es aber echte Farbe wäre, wäre es eh gut, ich glaube es aber nicht. Wäre der erste 40%ige Whisky bei Lidl, der ungefärbt ist. Und dann, wenn es ein Blended ist, schon gleich gar nicht. Also, riechen wir mal. Hm. Sehr fruchtig, mild, minimaler Alkohol. Honig. Orangen. Getreide. Honig. Aprikosen. Aprikosen. Aprikosen, Pfirsich, Orange. Das sind die Früchte. Nicht Äpfel, nicht Birnen. Also wirklich so Orangen, vollreife Pfirsiche. Vielleicht mit ein paar Aprikosen mit drin. Lecker. Honig. Alkohol merkt man kaum. Wirklich ein sehr angenehmer Duft in der Nase. Hat auch nichts, was störend ist, wie so schweflig, was sie manchmal haben. So ältere Crain Whiskys. Es ist eine sehr angenehme, in eine Richtung gehende, lieb und sehr gern zu riechende Nase. Sehr angenehm. Ist nicht ultra komplex, wie gesagt, geht ziemlich in eine Richtung. Relativ angenehm, sehr fruchtbetont, aber dieses Pfirsich-Orange-Aprikosen-Kompott mit ein bisschen Honig drüber, vielleicht ein kleinem Bündel Kräuter, also wirklich sehr nice zu riechen. Hat schon deutlich schlechter Dreck gehabt. Bin gespannt, was er im Mund hergibt. Auf Euch meine Lieben, Sláinte! Mh, oh, mh, sehr fein, sehr fruchtig, sehr mild. Da kommt sowas durch, ich weiß nicht, ob Ihr das jemals probiert habt. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Wenn wir auf der Kirchweih waren, also auf dem Volksfest, da gab es immer einen Stand, der hat Bonbons verkauft. Und da gab es so Glühwein-Bonbons. Und die haben so einen ganz eigenen, wintergewürzigen, mit leicht orangen säuerlichen Touch. Und genau so schmeckt der Whisky. Erinnert mich total an die letzte Kirchweih der Saison, meistens in Fürth, die St. Michaelis Kirchweih, übrigens eine der schönsten in Deutschland. So wie diese Bonbons, die habe ich als Kind geliebt, so schmeckt der Whisky. Hat die gleichen Früchte, die ich in der Nase schon hatte. Oh, und eine wunderschöne karamellische Würzigkeit zieht der jetzt drüber. Also da hat der eine schöne Nase. Keinerlei Fehlnoten, für mich kommt da auch überhaupt kein Grain im klassischen Sinne durch. Vielleicht das Getreide hier vom Grain, das riecht man schon. Die Nase ist hervorragend, da könnte ich echt lange dran riechen. Sehr lecker. Sehr lecker. Also ich probiere nochmal. Also auch im Mund hält er genau das, was die Nase verspricht. Ja, dem Whisky würden drei oder sechs Prozent mehr. Also ganz ehrlich Leute, dann wäre das echt eine Granate. Schmeckt richtig lecker, wenn man Whiskys mag, die in diese Richtung gehen. Fruchtkompott und zwar dieses Aprikosige mit Orangen und Pfirsich, was ich sagte, was ich schon in der Nase hatte. Und dann dieser Glühweinbonbon-Touch und Honig. Also wirklich keine Fehlnote drin. Ich kann euch leider nicht mal sagen, was der Whisky kostet oder gekostet hat. Ich habe den gefunden und mir war es einfach ein Bedürfnis, den jetzt aufzumachen. Ich glaube, ich habe den damals auch als Musterflasche mit nach Hause genommen. Ich muss da echt im Internet mal recherchieren, was der kostet. Also es ist wirklich ein super leckerer Whisky. Du merkst dem Whisky auch an, dass er eine gewisse Altersgrenze locker überschritten hat. Also der Whisky schmeckt auch nicht jung. Er schmeckt einfach nur gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nochmal, kein Komplexitätsmonster. Dem täten 3% Minimum Alkohol natürlich nochmal einen Schub nach vorne geben. Ah, echt schade. Aber für das, dass der nur 40 hat, wahrscheinlich gar nicht so teuer war, ist das echt ein leckerer Whisky. Den würde ich mir, wenn ich ihn finde, sogar nachkaufen. Wenn der nicht mehr wie 50 Euro kostet, dann würde ich den als klare Kaufempfehlung aussprechen. Der Abgang ist kurz bis mittellang. Was aber? Ne, kurz ist er nicht. Ich habe ihn immer noch im Mund. Und ich habe immer noch diese Note von der Kirchweih hier an der Gurkel hängen. Wirklich. Dieses leichte, winterliche Gewürzbonbon. Wunderschön. Also wirklich. Also der, der, der wird leer werden bei mir. Also wenn jemand was will davon zum Probieren, dann meldet euch schnell, weil ich glaube, den mache ich schnell leer. Ähm. Ist jetzt mal einer von den Whiskys auch von Lidl. Ist jetzt mal ein dritter, den ich hier natürlich vor der Kamera verkoste. Und es soll auch nicht rüberkommen, als wenn ich, weil ich da gearbeitet habe, befangen bin. Nein, bisher habe ich mir meine Dinge ja auch immer selber gekauft. Von daher kriegt er auch eine ehrliche Meinung. Aber der schmeckt echt lecker. Das ist jetzt wieder einer. Da muss ich sagen, haben sie einen guten Job gemacht, die Jungs. Und würde ich jederzeit weiterempfehlen. Ja. Das soll es wieder gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Raise your horns. Stay hard und slange immer. Abonniert meinen Kanal. Drückt auch auf die Benachrichtigung, wenn es euch gefallen hat. Damit verpasst ihr auch nichts mehr, was ich da so von mir gebe. Wenn es euch denn überhaupt interessiert. Was ich ja immer hoffe. Und bis dahin verbleibe ich mit einem Gruß zum Wochenende. Euer Whisky Häcksler. Haut rein!